schicken nur und das ist auch meine Sprüche zu klauen in der Tat das sagt ich immer du das sagst du immer weil ich es war es war wieder nur die Gruppe untertitelt das immer so jetzt musst es sogar überlegen ob es da geht oder Star Trek heißt es ist da geht was ich will sagen drehe mir doch nicht die Worte im Munde um nein ich drehe dir im Munde im Worte um ich was Lümmel Herr Pimmel Lümmel Herr Pimmel du weißt dass wir auch jüngere Zuschauer haben ich weiß nicht was du jetzt meinst ich war ein Pimmel ich weiß ja nicht was du damit jetzt dir vorstellst ja was stellst du dir unter Pimmel vor? Ne Pimmel! Ne Pimmel ja genau! naja das hast du ja verstanden ja natürlich dasselbe ja da siehste selbst jüngere Zuschauer bimmeln mal betroffene Hunde bellen oder wie war das? oh ich glaube neben mir ist gerade ein Schuss ein könnte sein von der Beste oben aber wenn er schon nichts zu tun hat und seine Beste hockt da oben und hier friedliche vorbeikommende Wanderer dann soll er hinter mir den Zombie erschießen das wäre dann schon lieber nett nein er erschießt mich ja der Old Sniper ist genau so ein Camper sorry aber kann man der Old Sniper der hockt entweder in seiner Base die ganze Zeit und schießt oder macht gar nichts und komischerweise der ist immer mit seiner AS 50 in der Base und wartet mehr macht er nicht ja ja Witz verwirklich das ist jetzt nicht beklagen sondern es ist Tatsache der Old Sniper sitzt nur in seiner Base rum mit seiner AS 50 und wartet dass jemand vorbeikommt ja ist so ist so ist traurig several Easter 10 Minuten zwei Kilometer habe ich noch vorausen erwartet dass Griechen ich hätte ja bloß noch 1000 gehabt aber Ach jetzt bin ich in der Wüste gelandet ja da ist eine Mission bei dir Delfi Wüste warte mal ich habe noch 1900 meter list hat ist gleich ich werde jetzt kein schnitt machen nein kein gar nichts ich werde jetzt mir eine waffe schnappen von dem haus hier wird noch wohl eine waffe wird knapp zehn minuten eine war ja gut dass das schafft man das schafft man ja wir erschaffen als schon war genau ein penis verstehst du nichts ja wir schaffen das ich brauche eine waffe kommt von mir was auch ich bekomme ich alle knochen aber ich muss sagen er hat nicht schlecht geschossen ein schuss hat gesessen bei mir auf jeden Fall auch ich könnte hier zum Beispiel mir einen Rucksack holen wirst du das sollst du auf jeden Fall tun das heißt ich muss ich meine Kack Waffe was ist denn das hier Mann wenn wir machen das hat sich zu tun Ahr kommt Fahrrad wir machen die mit der Mk 22 fertig das gut kein Problem wo ich hab ganz schön rumgepackt so kommt treten die Pedale haben noch neun Minuten für 1000 Kilometer 1.800 Meter ja das schaffst die Easy jetzt sind die Beschwerden um ein Gott die Büsche ploppen regelrecht vor mir auf das ist hier mitten in der Wüste so ein kleiner See wie eine kleine Oase das sieht ja wirklich lustig aus lustig? aber man kann leider nicht in den Haus reingehen was hier steht lustig sieht ein Arfe aus der auf einer Katze surft was du meinst ist schön und ne Tanker hat man hier auch gleich ist nicht wahr von dem kleinen Teich ich sag mal das ist ein Tümpel oder so so klein ist der dazu fällt mir leider nichts ein ich hab wirklich überlegt aber intensiv naja kommt nix raus nix gescheit zumindest alter noch 1400 aber was ist das für eine kleiner wär ja dann nur noch ein Schütze oder dein Penis ne wir reden ja hier nicht von deinem Zeug ich hab den kleinsten ich steh dazu ja das weiß weiß man doch ja das wissen wir ja dann kannst du mich dann gar nicht treffen du Arschgeige das wissen wir ja schon lange lass mich in Ruhe immer diskriminierend sein zu hey Daniel ich seh grad äh hier steht ein SUV ist das unserer? ne doch ne 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 wir haben ja kein Auto mitgenommen hier steht ein Camouflage SUV wie ach ja naja wenn mal einmal hier ne ja der ist abgeschlossen das heißt hier ist irgendwo ein Spacken Spacken alter Junge geh auf dein Fahrrad hallo ja als nein als Vater hoch den Berg ich sag's dir wenn ich den Spieler seh ne ich fahr den über mit dem Fahrrad wirklich also du weißt ja wo ich gelegen also geguckt hab ne an den Felsen da ja ja und denn rechts von mir muss der gewesen sein ach so ich hab gedacht vor uns weil rechts hab ich keine Deckung gehabt und dann hat er beim gemacht der muss rechts von mir gewesen sein irgendwo auf nem anderen Hügel so zu sagen ja ich bin jetzt quasi da lass ich mir nicht bieten ey oh 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 da soll ich mich nicht sehen so ich bin an diesem hässlichen Stein gleich ach und ich bin jetzt hier wo wo man eigentlich gute Rucksäcke findet eigentlich naja mal sehen naja mal sehen ob das Glück mir holt ist jedenfalls schon mal ein rüdischer ah nein ich bin nicht dort weil das ach du scheiße bin ich weit weg noch 600 Meter mit denen erst mal bremsen bremsen so was haben wir hier oh mein Gott oh nehmen wir erst mal die erstbeste Wache komm mal den Berg hoch los schnell wie viel Zeit haben wir noch hier haben wir noch den größeren wo schon mal den wieder aus wett nicht komm hin und er schießt mich sofort wieder nein nicht den Berg runterfahren ach du bist doch ein Spacken bist du jetzt kommen die Zombies komm drück deinen Arsch da hoch oh die schießt mit dem er aber die hat kein Visier überhaupt also nehmen wir noch mal die dmr Munition mit ach ist gar nicht ne geh okay sah eigentlich aus wie dmr Munition oh mein Gott das ist nicht gut das ist nicht gut geh doch da durch man oh nein 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 nicht aua 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 okay ich glaube ich glaube ich glaube boh schon eine Waffentasche gefunden ich hab jetzt insgesamt drei Rucksäge und immer immer eine Nummer größer ich sehe ich habe eine Idee davon und da oben liegt deine Leiche da ich sehe die Leiche hat meine Leiche hat ja auch die ganz große Rucksäge ja danach muss ich gucken wo dieser Spackle ist und ich muss ihn erschießen das ist aber der und das ist noch mehr dmr und das ist noch mehr dmr und das ist noch mehr dmr das ist das einzigste blöde hier an den Gebäuden wo genau lagst du denn das man hier immer nicht gleich reinkommt wo genau du lagst na an den Endfelsen war gelootet hat er uns schon weil ich hab keine Klamotten mehr an ich hab eine goldene Dessert gefunden jaa gelootet hat er uns das ist ja eine richtige Loot Sau ne geh doch rein na Mensch mein Gott Zombie hinter mir nur weil ich nicht durch die Tür komme und leut auf mich ein er hat uns gelootet definitiv und er hat auf mich geschossen und er hat auf mich geschossen und er hat auf mich geschossen jetzt muss ich schießen zum scheißegal hier warum sack die Penner Alter wieso was denn war schon gut wo ist er ich weiß jetzt auch nicht wie weit das weg ist Mensch Uiuiuiuiuiuiui ich seh ihn nicht natürlich gerne DmR-Magazine mehr mitnehmen aber boah Alter ups da ist ja Alter jetzt werde ich von zwei Seiten beschossen was ist denn das jetzt ich bin weg Wichser alter was hat er dich wieder nein nein aber da ist noch ein anderer der auf mich geschossen hat und der hat ähm von seiner Base aus und der hat sich jetzt wieder verpisst Machen wir wow wie lange noch bis zu eine Minute eine Minute wow soll ich mich dann hier auslocken ist das schon ein Ding da unmöglich sein ich will nachher nie am besten auf den Feld noch hoch will aber die Steine hier noch mitnehmen ne ich will die Steine doch nicht mitnehmen ich werde mich jetzt nicht auslocken bis ich die Verbindung verliere Perfekt Perfekt Verbindung verloren so Leute wieder zurück der Typ hat sich hundertprozentig auch eingeloggt ja ich sehn ich sehn ich weiß halt nur nicht wie weit das weg ist das ist echt mein Problem mhm ja das ist manchmal nicht so leicht das einzuschätzen mal ein Aufraher zu ah ich bin tot ja ähm irgendeiner hat mich erwischt Jester achte er von seiner Base aus mit seiner AS50 ach das sind doch naja